In der Copa del Rey gastiert Real Madrid beim FC Girona. Goal und Bet365 präsentieren die besten Quoten. Matchquoten, Bet365, Girona 4.20, unentschieden 4.00, Real Madrid 1.75. Die Gastgeber befinden sich weiterhin in einer anhaltenden Ergebniskrise, seit mittlerweile 10 Pflichtspielen ist das Team von Trainer Eusebio Sacristain bereits sieglos. Sollte sich dieser Negativ-Trend auch gegen Real Madrid fortsetzen und Girona gelingt erneut kein Sieg, gibt es dafür eine 1.25 Vote. Aufgrund des Resultats aus dem Hinspiel wird Girona darum bemüht sein, frühzeitig offensiv zu agieren, wodurch sich wiederum Konterchancen für die Königlichen ergeben werden. Fallen am Donnerstagabend mindestens drei Tore, erhält man dafür eine Quote von 1.57. 1.30 Januar 2019 21.30 Estadio Municipal de Montiliví, Girona Real Madrid's Angreifer Karim Benzema zeigte sich zuletzt wieder in bestechender Form und schnürte am vergangenen Wochenende einen Doppelpack gegen Espanyol. Gelingt Benzema auch ein Treffer gegen Girona, bekommt man dafür eine Quote von 2.20. Girona VS Real Madrid Real qualifiziert sich Quote 1.06 Real gewinnt 3 zu 1 Quote 12.00 Die Quoten entsprechen dem Zeitpunkt der Erstellung des Artikels. Spielen sie verantwortungsbewusst. Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen sie verantwortungsbewusst.